Um das langfristige Marktgleichgewicht herzuleiten, gehen wir zunächst von einem kurzfristigen Gleichgewicht bei unveränderter Anbieterzahl aus. In dieser Ausgangssituation beträgt der Marktpreis P0. Der einzelne Anbieter passt sich mit seiner Produktionsmenge nach der Gewinnmaximierungsregel Preisgleichgrenzkosten an. In dem linken Diagramm sehen Sie die Kostensituation eines repräsentativen Anbieters auf diesem Markt. Da der Preis P0 über seinen Stück Kosten liegt, erzielt er einen Gewinn. Dieser Gewinn lockt neue Anbieter auf den Markt. Das Angebot steigt, die Angebotsgerade verlagert sich nach rechts zu A1. Der neue Gleichgewichtspreis ist nun auf P1 gesunken. Das schmälert für den einzelnen Anbieter den Gewinn. Aber es lässt sich halt immer noch Gewinn erzielen, sodass der Markt für zusätzliche Anbieter attraktiv bleibt. Das Angebot weitet sich daher bis auf A2 aus. Dort wird nämlich der Gleichgewichtspreis P2 erreicht, bei dem der einzelne Anbieter keinen Gewinn mehr erzielen kann. Dies ist der Fall, wenn der Preis dem Minimum der durchschnittlichen Totalkosten entspricht. Treten jetzt trotzdem noch weitere Anbieter in den Markt ein, würden bei einzelnen Anbietern Verluste entstehen, was Marktaustritte nach sich zieht. Damit kommt bei diesem Marktpreis die Veränderung der Anbieterzahl zum Stillstand. Da sich also auf lange Sicht das Angebot aufgrund des Gewinnmechanismus so lange anpassen wird, bis der Preis dem Minimum der Stückkosten entspricht, kann man die langfristige Angebotsfunktion als vollständig elastisch darstellen. Oder anders ausgedrückt, langfristig wird jede Menge auf dem Markt angeboten, bei welcher der Gleichgewichtspreis mit dem Minimum der Stückkosten übereinstimmt. Dies entspricht der waagerechten Angebotsfunktion A-Stern. Gleichzeitig erkennen wir auch, dass der Konkurrenzdruck unter dem Gewinnmechanismus die Produzenten dazu veranlasst, eine kosteneffiziente Auslastung der Kapazitäten im Betriebsoptimum anzustreben.